So, was muss ich beachten? Hätte ich noch, ich gehe noch mal kurz zu 7 zurück, da fällt mir gerade ein. Viele Leute haben ja, sage ich mal, Angst zu let's playen. Was weiß ich, weil sie sagen, ihre Stimme ist scheiße oder sie können nicht richtig gut spielen oder machen sich Gedanken über Hater und so. Jetzt sage ich euch mal was. Natürlich, es kann jeder let's playen, der will. Ihr könnt 5 Jahre alt sein, ihr könnt 10 sein, ihr könnt 15 sein, ihr könnt 20, ihr könnt 70 sein. Ist scheißegal. Ihr müsst nur klar und deutlich reden, selbst wenn ihr eine hohe Stimme habt. Oder ich mache manchmal so Piepgeräusche mit meiner Stimme, keine Ahnung, bin anscheinend noch im Stimmbruch. Dann ist das halt so, versteht ihr? Das ist scheißegal. Es gibt halt, sage ich mal, auch wenn ihr so eine Kinderstimme habt. Solange ihr in meinen Augen ordentlich spielt und, ja, ihr dürft nicht so albern sein, so was weiß ich, Beleidigungen reinhauen oder irgendeine Scheiße labern wie, manchen gefällt es vielleicht. Aber ihr solltet ein bisschen seriöser bleiben, das Wort habe ich gesucht. Ich zum Beispiel lege Wert auf Seriosität, sage ich mal. Also das heißt, ich versuche den Leuten erstmal das Spiel nahezubringen und zu zeigen, ob es Spaß macht, ob es nicht Spaß macht. Man sollte immer seine eigene Meinung irgendwo reinhauen. Auch wenn man auf Kritik stoßt. Irgendjemandem tut man immer in den Kopf stoßen. Ist halt so. Und auch wenn ihr Lispelt oder einen kleinen Sprachfehler habt oder was weiß ich was. Mein Gott, wir sind alle Menschen. Also wer jetzt jemanden hatet, weil er Lispelt oder weil er irgendwas anderes macht, ich weiß nicht, dann muss nicht sein. Muss nicht sein. Weil die Person kann nichts dafür. Ganz einfach. Und was ich halt noch wichtig finde, seid nicht so egoistisch. Das Allerschlimmste, was euch passieren kann, seid nicht egoistisch. So das Egoistische heißt halt, oh je Scheiße, der hat 15 Klicks, ich habe nur 10. Den abonniere ich garantiert nicht. Ist doch scheißegal, abonniert den, wenn ihr Glück habt. Oder entweder er abonniert euch zurück, weil ihm seine Videos auch gefallen. Oder er bedankt sich dafür und ihr habt jemanden, den ihr auch fragen könnt. Oder wenn euch jemand fragt, hier, wie hast du das aufgenommen? Helft ihm. Wir sind alle ein Team, verdammt. Versteht ihr? Das ist für mich persönlich wichtig. Bei was wollte ich vermeiden? Sollte ich noch sagen, vermeidet auf jeden... Also beachten Sie jetzt. Solltet ihr auf jeden Fall nicht die Leute fragen, hier würdest du mich abonnieren? Oder komm, ich abonniere dich und du abonnierst mich. Oder schreib keine Spam-Kommentare wie hier. Ich bin ein super Let's Player, komm, ich habe zu wenige Klicks. Abonniert mich, klickt auf mich drauf. Das macht keinen Sinn. Ich schreibe auch den einen oder anderen Kommentar. Ich habe ja gerade ein Gewinnspiel. Und da schreibe ich natürlich auch, damit ich den Leuten die Chance gebe. Weil es gibt gerade nur einen Mitspieler, sage ich mal. Und das ist ein bisschen schade. Vielleicht nehmen die Leute mich nicht ernst oder glauben das nicht. Aber man muss es ausprobieren, um es herauszufinden. Neuntens Planung. Planung ist wichtig. Viele sagen, hier, ich hau mal schnell ein 15-Minuten-Video rein. Schneid es mal schnell. Hau hier was rein und lad es hoch. Und da schätzt das nicht. Let's Plane ist ziemlich zeitaufwendig. Also ihr braucht auf jeden Fall viel Zeit. Ich sage es mal so, wenn man das Video aufnimmt. Ich zum Beispiel nehme immer mal ein, zwei Stunden am Stück auf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 15 Minuten, sagen wir mal 13 Minuten aufnimmt. Dann muss man das Video ja erstmal schneiden. So. Wenn man schon alles super aufgenommen hat, braucht man es nicht schneiden. Ist klar. Aber jetzt kommen wir mal zum Rendern. Also wir haben jetzt das Video aufgenommen. Haben 13 Minuten investiert. So. Natürlich dürfen wir nicht die Vorbereitung vergessen. Also ihr müsstet natürlich auch die Videos erstmal testen. Versteht man mich gut. Und ist die Musik zu laut. Ist der Sound zu laut. Also der Ingame-Sound und sowas. Testet das vorher alles. Auch wenn es 20, 30 Minuten mehr Stress macht. Testet das. Läuft das Video flüssig. Wenn ich die Grafik so und so einstelle. Kann ich die Grafik auch höchst stellen. Das alles müsst ihr testen. Ist wichtig. Und was noch zu entscheiden ist. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt dieses 13 Minuten Video aufgenommen habt. Dann müsstet ihr das ja auch rendern. Ich weiß nicht, wie lange dauert ein Video zu rendern, das 13 Minuten ungefähr dauert. Ich tippe mal jetzt extremst auf eine halbe Stunde mindestens. Halbe Stunde bis Stunde. Das kommt immer auf euren Rechner an. Bei manchen dauert es sogar 2, 3 Stunden. Aber ihr solltet ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde einplanen. Sind schon mal grob gesagt 45 Minuten bis 1 Stunde und 15 Minuten. Bis so ein Video fertig ist. Bereits im Hochladen. So. Jetzt sollte man es auch hochladen. Wenn man es jetzt hochlädt. Das kann mindestens. Kommt natürlich auf die Größe an. Aber in der Regel, wenn ihr höchste Qualität macht. Dann kann es ungefähr nochmal 2, 3 Stunden dauern. Bei manchen dauert es sogar 6, 7 Stunden. Also ihr merkt, ein 15 Minuten bzw. 13 Minuten Video kann mehr Stress oder mehr Zeit verbrauchen, als man denkt. Und was ich zum Beispiel mache, ich bin wie ein Sekretär. Also ich habe Buchplanung. Das heißt, ich habe zum Beispiel die und die Folge hochgeladen. Schreibe ich mir auf. Ich habe die und die Folge hochgeladen. Schreibe ich mir auf. Habe ich das zum Beispiel in die Playlist gesetzt? Nein? Gut. Markieren. Muss noch reingesetzt werden. Stimmt da was mit dem Sound nicht? Schreibe ich mir auf. Versteht ihr? Also ich habe eine gewisse Planung. Ich habe ein eigenes Buch dafür. Und so mache ich das. So. Zehntens. Deine Videobeschreibung. Geh und er schätzt es. Ich sehe viele Leute, die laden das Video hoch und schreiben da gar nichts rein. Ja, warum nicht? Ist das so viel Arbeit, mal 10 Minuten was reinzuschreiben? Okay, ich gebe es zu. Nachts, wenn ich noch was reinhau, wenn ich todmüde bin, habe ich auch Probleme damit, irgendwas reinzuschreiben. Aber verweist zum Beispiel auf die Entwicklerseite. Zum Beispiel bei Minecraft auf Mojang oder so. Und schreibt wenigstens was Kurzes. So viel Spaß bei der Folge bla bla und beim Gucken. Was weiß ich. Also ein bisschen was sollte schon drin stehen. Macht in meinen Augen einen besseren Eindruck. So. Elftens. Deine Tags. Das ist das Allerwichtigste. Ich sehe so viele Let's Player, die Klicks haben wollen. Die zum Beispiel ein Minecraft Video gemacht haben. Und was siehst du in den Tags? Kronk zum Beispiel. Oder was weiß ich. Schreiben irgendeinen Scheiß rein. Notch und so. Damit jeder draufklickt. Weil wenn natürlich, wenn jetzt jemand Kronk eingibt, dann würde euer Video kommen. Aber ob das die Leute so gerne sehen, ist die Frage. Es ist ja wohl logisch, dass wenn ihr jetzt Kronk reinschreibt und die Leute, die Kronk sehen wollen, jetzt euer Video anklicken, die sind angepisst. Ihr habt zwar jetzt ein Klick mehr, aber vielleicht habt ihr auch einen Daumen runter mehr. Versteht ihr? Also wenn man eure Videos auf normalen Wege finden würde, hättet ihr vielleicht einen Daumen hoch. Weil man ja andere Let's Player gesucht hat oder so. Oder es ist zufällig auf euch gestoßen. Und dann merkt man das halt einfach. Da kriegt ihr vielleicht auch Abonnenten. Also die Tags, die haben wirklich viel mit eurem, sag ich mal, mit euren Klickzahlen und sowas zu tun. Weil keiner will das sehen, wenn zum Beispiel jemand ein Video hochlädt von irgendeinem Spiel und andere Sachen drinnen stehen. Macht ja keinen Sinn. Also wenn ich jetzt bei Minecraft, was weiß ich, ein anderes beliebtes Spiel wie World of Warcraft oder so reinschreiben würde. Meint ihr, damit mach ich mich beliebt? Nein. Also lasst es einfach. So, die Kategorie. Die kann man auch angeben, die muss man sogar angeben. Wenn man sie nicht angebt, wird es automatisch irgendwas mit Auto sein, Auto und Fahrzeug oder sowas. Weiß ich nicht genau. Aber die Kategorie müsst ihr angeben. Ich mache immer Spiele. Manche machen Regisseur oder Unterhaltung. Sonst was. Was ihr angebt, könnt ihr entscheiden. Seid ihr witzig, macht Unterhaltung. Seid ihr lehrreich oder erzählt viel, dann macht wie ich zum Beispiel, also wenn ihr über Spiele macht, dann macht Spiele. Wenn ihr irgendwelche anderen Sachen macht, dann macht zum Beispiel Filme oder was weiß ich was. Aber haltet immer euer Thema. Das ist wichtig. Und das schätzt diese Kategorie nicht. So, das 13. ist, wie erreiche ich Klicks und Abonnenten? Tja, das ist so eine Sache. Wie? Ich kann euch jetzt nicht die goldene Formel nennen, damit ihr auf jeden Fall Klicks und Abonnenten kriegt. Das ist ja klar. Was ich euch aber auf jeden Fall zeigen kann oder erklären kann, sage ich mal so, ist, ihr kriegt auf jeden Fall keine Klickzahlen, wenn ihr abspastet wie die letzten Idioten. Manchen gefällt's, aber es werden nicht viele sein. Und auch die werden irgendwann mal älter und sagen sich, was ist das für ein Scheiß? Also ihr versteht, was ich meine? Von seriösen Sachen kriegt man, sag ich mal, fast nie genug. Aber von so Idioten, die so irgendeine Scheiße rumschreien und so oder irgendeinen Scheiß labern oder so ein abgefuckt schlechtes Mikrofon haben, die kannst du dir ein paar Minuten anhören, aber irgendwann hast du Kopfschmerzen und dann geht's einfach nicht mehr. Oder das hörst du dir einmal an, lachst dich tot und dann brauchst du erstmal wieder zwei Wochen Ruhe von dem ganzen Geschrei. Also, da solltet ihr ein bisschen drauf achten. Ihr solltet nicht spammen oder nicht Abo gegen Abo anbieten oder irgendeinen Scheißdreck. Lasst diesen Mist. Lasst euch auf natürliche Weise finden und es wird besser sein als irgendwas anderes. Bleibt einfach eurem Stil treu. Haltet eure Qualität hoch, auch wenn sie erst später kommt oder auch wenn ihr die ersten 10, 20, 30, 40 Videos scheiß Qualität habt. Aber solange man sieht, dass die letzten Videos die Qualität immer steigern, dass man sieht, dass ihr euch Mühe gebt, das ist das, was zählt. Die Leute müssen einfach sehen, du investierst Zeit, du gibst dir Mühe, du machst es schon. Und ja, die Klicks kommen und die Abonnenten kommen alle von ganz allein. Ich selbst bin gerade mal seit zwei Monaten, nee, seit zwei Monaten. Ich spiele gerade mal seit zweieinhalb Monaten Minecraft und tue gerade mal seit eineinhalb Monaten, nicht mal ganz, mache ich gerade mal Let's Plays. Und ich hatte den Arsch auf Glatteis, das könnt ihr mir glauben, ich habe so viel Schiss davor gehabt. Aber jetzt läuft das alles ganz fließend und jetzt, scheiß drauf, jetzt rede ich einfach, merkt ihr ja. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, nur ein paar Skizzen hier, die ihr ja hier vor euren Augen seht. Und das war's. Es klappt einfach, probiert's. Und lasst euch Zeit, also guckt nicht jeden Tag so, scheiße, scheiße, nur 10 Klicks mehr, oh, nur 2 Klicks, oh, heute gar keine, oh, einen Daumen runter, Panik. Musik, scheißt auf sowas. Bleibt ganz ruhig, bleibt seriös, aber vergesst nie die YouTube-Regeln, ne. So, vierzehntes, Musik, ja oder nein? Ist umstritten, muss man ganz ehrlich sagen. Viele machen bei Minecraft Musik rein, viele nicht. Was ist jetzt richtig? Versucht vielleicht euren Mittelding zu finden. Ich mache zum Beispiel jetzt auch Musik rein, habe ich vorher auch nicht gemacht. Und ich mache leise Musik rein, dass meine Stimme immer noch hervorsticht, dass man mich immer noch am besten hört. Ist ja entscheidend, das sind ja Let's Plays und nicht Let's Music hören oder sowas, ne. Also, klappt schon. Ob ihr Musik machen wollt, ja oder nein, könnt ihr entscheiden. Wenn hunderte von Fans von euch rein, macht Musik rein, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr den Schritt gehen wollt. Oder ihr bleibt euren Prinzipien treu und sagt, nein, ich möchte keine Musik haben, ich mache keine Musik rein. Entscheidet ihr. Aber lasst euch nicht wie Sklaven behandeln und macht all das, was eure Fans oder so wollen. Natürlich sollt ihr auch ein bisschen für eure Fans, Zuschauer, Abonnenten da sein, ist klar. Also, ich habe viel Kontakt, sage ich mal, zu meinen Abonnenten. Es sind aber auch noch nicht viele. Und ich helfe auch gerne Leuten. Ob ihr das machen wollt, entscheidet ihr. Also, Musik, ja oder nein, entscheidet ihr. Jetzt das fünftehnte, das letzte, Ordnung halten in YouTube. Es klingt so simpel, es ist zu schwer. Ja, wie hält man in Ordnung in YouTube? Playlisten ist das magische Wort. Ihr solltet Playlisten ansetzen. Nennt man das so? Egal. Ihr solltet auf jeden Fall Playlisten machen und sie auch immer aktuell halten. Da fällt mir gerade ein, ich müsste meine Playlisten aktualisieren. Wie ihr seht, es fällt nicht jedem leicht. Da Let's Playen sehr zeitraubend ist, ist auch das sehr schwer. Aber ich bin mir sicher, mit viel Übung und viel Geduld kriegt ihr das alles hin. So, meine Lieben, das waren jetzt 15 Punkte, die ich mit euch durchgegangen bin. Ich habe geredet wie ein Wasserfall. Ich habe gehofft, oder beziehungsweise ich hoffe, dass ich euch helfen konnte damit. Und, tja, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, schreibt mir, schreibt es in die Kommentare. Was weiß ich was. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich kann jedem helfen. Also den meisten zumindest. Aber man findet einen Lösungsweg. Sagen wir es mal lieber so. Ob euch das Video gefallen hat, ob es hilfreich war, haut alles in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Glück. Seid immer fair zu den anderen. Seid keine Feinde oder so. Lasst euch nicht taten. Ignoriert so Idioten. Es ist alles Neid. Es ist alles... Ihr wisst schon. Die haben einfach keine Eier in der Hose. Haben ein paar verloren beim Let's Playen wahrscheinlich. Und haben damit aufgegeben. Ihr schafft es. Ich bin mir sicher. Ich wünsche euch viel Glück. Viel Vergnügen. Behaltet euren Spaß bei. Und was ich noch sagen wollte zum Abschluss. Lasst euch nicht stressen. Das heißt, wenn ihr mal kein Video hochladen könnt. Dann ladet ihr halt kein Video hoch. Dann macht ihr vielleicht zum Vortag 1 oder 2 rein. Oder am nächsten Tag 2, 3, 1, 2. Keine Ahnung. Entscheidet alles ihr. Auch wenn ihr mal einen Tag aussetzt. Oder ob ihr nur 1, 2 Videos in der Woche hochladet. Ihr entscheidet das Tempo. Ihr seid euer Chef. Nun, letztes Wort. Viel Spaß. Ich glaube an euch. Euer Master 3D. Tschüss.